Ist low für, für... Aber Tobak, willkommen, willkommen! So, ich warte mal, bis mein Snow wieder angeht. Ja, ich hab den Skill hier vergessen. Den Skill. Aber jetzt kriegt ihr einen. Pass auf, pass auf. Ich hab doch keinen Division, oder? Haut die um. Haut die um. Haut die um. Ich will auch nicht umhauen, ey. Guck mal, guck mal. Was probiert ihr mich jedes Mal umzuhauen? Du weißt auch, dass meine HP immer voll ist. Guckt euch das an. Immer voll. Die kriegt doch gar nix. Gar nix. So, jetzt noch Newb und Tode ist die. Ich hoffe, die haut nicht um. Knall hat Berserker benutzen, ey. Weil ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Wenn ich Snow anhab. Mit Snow musst du mir Division und Bleed geben. Und dann drauf. Dann kannst du mich umhauen. Ja, ja. Ja, ja. With Snow, you can't never kill me so. Guck mal, ich warte jetzt so lange, bis die endlich mal Division oder Bleed bekommt. Und das ist doch unnormal. Guck mal, wie der mich verarscht. Wieso kriegt die keine Status-CD? Guck dir das an. Wenn die mich nur umhaut, dann hau ich die auch jetzt um. Ist mir egal. Och. Soll ich mal mit dem Chopper kommen? Brauchst du nicht. Mich nervt es einfach nur, dass ich immer umhauen will. So, mein Snow ist weg jetzt. Ja, wie gefällt es dir das, wenn man nur auf dem Boden liegt, Luni? Hä? Wie gefällt dir das? Wenn man nur auf dem Boden liegt. Ja, genau. Gefällt dir, ne? So, mein Impotent ist weg. Jetzt kriegst du vollen Damage wieder. Schon wieder habe ich Impotent, ey. Das ist doch so Hammer, ey. Ja, gefällt dir, ne? Komm, sag es, dass es dir gefällt. Komm, sag es, sag es. Hammer, ne? Und wieso kriege ich dann die Vision, wenn ihr mich noch nicht mal attackiert? Das verstehe ich nicht. Ja. 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 Nee, da sind wir noch nicht eingerechnet. 1200 Silks sind eigentlich quasi so 20 Euro. Und die werden dann später noch eingerechnet. Stotzi, willkommen, Mahlzeit, Mahlzeit. Dann kommt die Wahrheit ans Licht. Tupi, willkommen, willkommen. Welche Wahrheit kommt ans Licht? Leute, vergiss nicht, dass ich einen Delay habe. In diesen 15, 20, 25 Sekunden kann ich immer noch so einen Mist babbeln. Dann vergesse ich immer wieder, was ich gebabbelt habe. Dein Reiß kriegst du. Ist auf jeden Fall kein Ding. So, in 20 Minuten geht's los. Ja. Ach, ich muss doch mein Dings ausmachen. Jetzt weiß ich auch, wieso ich verloren habe. So, komm her. Du kommst da rein. Ja, gib's mir, gib's mir. Hau mich um, hau mich auf den Boden. Wenn ich mit Job bekomme und ich hüte, zwei hüte, zweimal hüte, was? Bam, da kriegst du eins. Komm, ich kann es doch nicht haben. Snow? You get snow? Really? Ich kann. Wie geht's euch, Leute? Erzähl's. How are you all, guys? Ja, guckt mich nicht so an. Ich bin auch ein bisschen verschlafen. Ja, ich freue mich auf die Fortress. Auf jeden Fall. So, was haben wir für die Fortress? HP? Ach ja, fuck off. Ich wollte ja noch HP MP kaufen. HP MP kaufen. Wo sind die denn? Okay. So, wie viel kaufe ich denn davon? Erstmal fünf und davon fünf. So. Dann brauche ich noch. So. Erstmal. So, so. Davon brauche ich auf jeden Fall auch welche. Macht euch bereit für Fortress, Leute. Macht euch bereit für Fortress. Ich weiß, wir werden die Fortress heute verlieren. Einer reicht. Ja, jetzt hängt das wieder an. Grüße, Kokolim. Kokolim, willkommen. Willkommen, willkommen. Ja, jetzt haben wir wieder lecker. Können auch nicht laufen. Wir können auch gar nicht laufen. So, jetzt haben wir die bekommen. So, 45. So, so, so. Davon brauchen wir auch nichts mehr. Ja, Attack-Wade, Parirate haben wir. Attack-Wade, Parirate. Die können hier hin. Die können hier hin. Yes, we will try to get, eh, today make, after Fortress, my sword plus 14. And my set. I will try my set plus 10. I have enough silks. For making my two sets, or three sets plus 10. Yes. So, was wollte ich denn noch? Ich wollte eigentlich so viel heute kaufen, dass mir alles erreicht wieder. Nach 36. Okay, komm. Komm, ein Gär kaufen wir auch. Und für so ein Pättchen. Ein Glock. Glock. Dann brauchen wir, was brauchen wir? Premium, Adas, Gär. So. Du kommst raus. Du kommst da rein. Ähm, 64 Tage. Und du auch noch mal 64 Tage. Es läuft. So, ich kaufe jetzt schon mal ein Premium, weil ich schaff's noch. Noch acht habe. Was haben wir denn da für Premiums? Immer den 300er. So, das war's. Mehr brauche ich nicht. Den lege ich auch ab. Bist du nicht gestern um 12 Uhr ins Bett? Warum bist du bitte verschlafen? Ja, das Blöde ist, mein Kleiner wurde heute Morgen ziemlich früh wach. Ich glaube um vier oder halb fünf, weil er gestern ziemlich früh pennen gegangen ist. Um neun. Dann wurde er um vier und morgens wach. Und meine Frau saß ja die ganze Zeit mit dem. Und ach, egal. Da bin ich aufgestanden und saß mit dem nachher glaube ich bis neun oder zehn oder sowas. Dann war ich wieder weg und dann habe ich mich um drei Uhr hingelegt, hab gepennt bis sechs. Und jetzt, ja. Also ich war müde. Jetzt bin ich nicht mehr müde. Ich war müde. Das andere Premium. Genau den gleichen Effekt. Ja, aber die haben, äh, nee, nicht den gleichen Effekt. Der eine hat zehn SDRs und, äh, zehn Ins und so weiter mehr. Und der andere hat fünf mehr. Wir brauchen natürlich Power. Power. Oh, 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 oh. Hier siehst du. Ah, nee, der hat sogar, der hat... Ja, der hat gar nichts. Physische Damage fünf Prozent. Warte mal, wieso hat er das jetzt geändert? Hat er das jetzt wirklich geändert? Fünf Prozent? Evasion, Success. Wieso hat... Fuck. Meine Auflösung ist zu klein. Ich kann nicht sehen, was da oben weiter steht. Also hier, hier, was hier steht. Ja. Irgendwas war aber mehr. Fünf Prozent, fünf Prozent, was ist hier? Ach. Scheißegal. So, Leute, noch 15... 15 Minuten bis Fortress. 15 Minuten bis Fortress. Nachdem man die benutzt hat, sind beide gleich. Ja. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Ja, alles ist wieder plus neun, außer zwei Sachen sind plus zehn. Heute versuchen wir mal, so gut es geht, alles plus zehn zu machen. Ja, wenn nicht, dann gehe ich offline und mache alles plus zehn, weil ich will mit einem plus zehn kämpfen. Wenn ich jetzt alles plus zehn habe, ist es leichter zu traden. Zum Protector quasi. Aber danke für die Info. Aber ich weiß, dass damals fünf Prozent stand und fünf SDRs und das andere hatte zehn. Jetzt steht hier auch fünf. Alchemie und bla bla bla. Ja, fuck off. Was ist das? Na, brauche ich nicht. Wer will haben, bestimmt meiner Sammelt wieder auf. Doch nicht. Na, ja. Hier. Wir können dreimal Instant Return School machen. Einmal Wiederbeleben und dreimal Reverse. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geh mal zur Hood und guck sein Premium an. Wo ist denn Hoodie? Hier, wo ist Hoodie? Hoodie? Premium Level 1. Was steht denn bei mir eigentlich? Premium Level 1. Max Meyers. Premium Level 1. Alle haben Premium Level 1. Keiner. Ja, ist doch egal. So. Okay, wir gehen an Fortress. Wir sind aber nicht gestorben. Int Party, Int Party. Ich brauche eine Int Party. So, dann gehe ich noch eine rauchen und dann kann es losgehen. Dann kann es losgehen. Open 1. Yes, Open 1. Aber wer ist Int? Int Party. Ich mache keine Party. Okay, ich will fast smoke vor dem Fortress und dann, ja, 5 Minuten, guys, 5 Minuten. Okay, ich will fast noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020